Bhagavad Gita, Vers 2.8 Ich kann kein Mittel finden, dieses Leid zu vertreiben, das meine Sinne austrocknet. Ich wäre nicht einmal fähig, davon frei zu werden, wenn ich ein unangefochtenes Königreich auf der Erde mit der Souveränität der Halbgötter im Himmel gewinne. Erklärung Obwohl Arjuna so viele Argumente vorbrachte, die ihm Wissen von den Prinzipien der Religion und der Moralgesetze gründeten, erscheint es, dass er unfähig war, sein wirkliches Problem ohne die Hilfe des geistigen Meisters Shri Krishna zu lösen. Er konnte verstehen, dass sein sogenanntes Wissen ihm nicht half, die Probleme zu meistern, die sein ganzes Dasein austrockneten, und es war für ihn unmöglich, solche Verwirrungen ohne die Hilfe eines geistigen Meisters wie Krishna zu lösen. Akademisches Wissen, Gelehrtheit, eine hohe Position usw. sind wertlos, wenn es darum geht, die Probleme des Lebens zu lösen. Hilfe kann nur von einem geistigen Meister wie Krishna gewährt werden. Daraus kann man die Schlussfolgerung ziehen, dass ein geistiger Meister, der zu 100% Krishna bewusst ist, der echte geistige Meister ist, da er die Probleme des Lebens lösen kann. Shri Chaitanya sagte, dass ein Meister in der Wissenschaft des Krishna-Bewusstseins ungeachtet seiner sozialen Stellung, der wirkliche geistige Meister ist. Im Chaitanya-Jaritamrita heißt es, Es ist gleichgültig, ob ein Mensch ein Vipra ist, ein gelehrter Weiser im vedischen Wissen, ob er in einer niedrigen Familie geboren wurde, oder ob er sich auf der Lebensstufe der Entsagung befindet. Wenn er Meister in der Wissenschaft von Krishna ist, ist er der vollkommene und echte geistige Meister. Chaitanya-Jaritamrita Madhya 8.127 Ohne ein Meister in der Wissenschaft des Krishna-Bewusstseins zu sein, ist also niemand ein echter geistiger Meister. In den vedischen Schriften wird auch gesagt, Ein gelehrter Brahmana, der auf allen Gebieten des vedischen Wissens bewandert ist, kann nicht ein geistiger Meister werden, ohne ein Vaischnava oder in der Wissenschaft des Krishna-Bewusstseins erfahren zu sein. Doch ein Mensch, der in einer Familie geboren ist, die einer niedrigen Kaste angehört, kann ein geistiger Meister werden, wenn er ein Vaischnava oder Krishna bewusst ist. Den Problemen des materiellen Daseins, Geburt, Alter, Krankheit und Tod, kann nicht durch Anhäufung von Reichtum und durch wirtschaftlichen Fortschritt entgegengewirkt werden. In vielen Teilen der Welt gibt es Staaten, denen alle Annehmlichkeiten des Lebens zur Verfügung stehen, die sehr reich und wirtschaftlich fortgeschritten sind und die dennoch immer noch mit den Problemen des materiellen Daseins kämpfen. Sie suchen auf verschiedenen Wegen nach Frieden, aber sie können wirkliches Glück nur dann erreichen, wenn sie sich Krishna zuwenden oder die Bhagavad-Gita und das Srimad Bhagavatam zu Rate ziehen, die die Wissenschaft von Krishna beinhalten oder wenn sie sich an einen echten Repräsentanten Krishnas wenden, an den Menschen im Krishna-Bewusstsein. Wenn wirtschaftlicher Fortschritt und materielle Annehmlichkeiten das Gejammer um familiäre, soziale, nationale oder internationale Trugbilder vertreiben könnten, hätte Arjuna nicht gesagt, dass selbst ein unangefochtenes Königreich auf Erden oder auch solche Souveränität wie die der Halbgötter auf den himmlischen Planeten nicht imstande sein, sein Leid zu vertreiben. Er suchte daher Zuflucht im Krishna-Bewusstsein und das ist der richtige Weg zu Frieden und Harmonie. Wirtschaftlicher Fortschritt oder Herrschaft über die Welt können in jeden Augenblick durch die Umwälzungen der materiellen Natur beendet werden. Selbst die Erhebung zu höheren Planeten, in der heutigen Zeit suchen die Menschen zum Beispiel einen Platz auf dem Mond, kann ebenfalls mit einem Schlag beendet werden. Die Bhagavad-Gita bestätigt dies. Gjine, Pune, Marta, Lokam, Vishanti Wenn die Früchte frommer Aktivitäten aufgezehrt sind, fällt man von der Stufe höchsten Glöcks wieder auf die niedrigste Stufe des Lebens herunter. Viele Politiker dieser Welt sind auf diese Weise bereits heruntergefallen. Ein solcher Fall verursacht nur weiteres Leid. Wenn wir daher Leid zum Guten wenden wollen, müssen wir wie Arjuna bei Krishna Zuflucht suchen. Somit bat Arjuna Krishna, seine Probleme ein für alle Mal zu lösen. Das ist das Prinzip des Krishna Bewusstseins.